Hallo Janek, stell dich gerade mal bitte selber vor. Ja, hallo, Janek Vellin bin ich, bin 42 Jahre alt und mache seit gut 20 Jahren Softwareentwicklung. Mehr glaube ich, ich kann auch sagen, ich bin Familienvater, bin stolz und glücklich darauf. Ja, in welchem Umfeld bist du unterwegs, weil das IT-Branche jetzt ein relativ großer Zweig ist? Ah, ja, anfangs war ich im ganz klassischen Datenbankentwicklungsbereich, jetzt bin ich über .NET und viel Architektur geredet, auch in der Softwarearchitektur gelandet. Okay, wir sind jetzt beim Open Space, der grenzt sich ja schon ab von der typischen Konferenz, wie man sie kennt. Mich würde erstmal interessieren, was findest du besonders gut daran oder was ist anders? Anders, es sind keine abgeschlossenen Sessions, das ist eigentlich das Beeindruckendste von allem. Wir fangen an, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu reden, aber das heißt nicht, dass wir nach genau einer Stunde fertig sein müssen, es kann auch länger gehen. Das finde ich total klasse, die Agenda wird selbst zusammengestellt, es gibt am Anfang keine Agenda. Das heißt, jeder, der hierher kommt, kann aktiv an dem Erfolg des Events teilhaben. Hattest du schon, heute ist ja der erste Tag, ein besonderes Aha-Erlebnis bei irgendeiner Session, wo du sagst, oh, da bin ich jetzt richtig überrascht worden? Ah, da kann ich einmal was Technologisches bringen. Ich habe mich gerade erst vor kurzem damit wieder auseinandergesetzt, mich um Grafendatenbanken zu kümmern. Und tatsächlich kam dann heute jemand auch daher, der genau dasselbe gemacht hat, finde ich total klasse, schön da mal reinzugucken. Das war so ein, wieder mal ein Aha-Effekt, weil das jedes Mal beim Open Space passiert, dass irgendjemand dabei ist, der ein neues Thema mit reinbringt, was mich zufälligerweise auch gerade interessiert. Ja, wo gerade so wirklich so, man beschäftigt sich damit und dann kommt es zufällig rein. Dann technologisch war das jetzt da noch was anderes, was man vielleicht nicht so, wo du nicht so erwartet hast? Ja, was man auf einer Technologieveranstaltung jetzt nicht unbedingt erwarten würde, sind gerade Softskill-Themen, ob nun Teambildung oder überhaupt Psychologie in einem Unternehmen. Ich habe jetzt gerade selber nochmal eine Session eingereicht zum Thema Schätzen von Softwareprojekten. Das hat ja jetzt nicht wirklich was mit Technologien zu tun, sondern eigentlich auch mit, ja, ist auch eine Art Softskill. Wie kann man denn was schätzen? Ja, also insofern, es gibt auch noch neben den Technologiethemen eben nicht Technologiethemen. Was würdest du sagen, trifft man hier anderes Publikum, wie jetzt vielleicht auf der typischen Konferenz? Ja, auf jeden Fall, das darf ich sowieso sagen, weil ich auch Sprecher bin auf anderen Konferenzen und dort merkt man viel mehr, auf der einen Seite ja den technischen Aspekt sowieso, dass dort viel mehr über Technologie gesprochen wird und auf der anderen Seite sind dort, ich nenne sie gerne, es sind Mitarbeiter, es sind halbe Firmen, die dort vorbeikommen und die dort Wissen aufsaugen wollen und mehr im Hintergrund sitzen und sich berieseln lassen. Berieseln ist jetzt vielleicht ein hässliches Wort, weil es war abwertend, aber die sind dort und wollen Neues hören und sind nicht aktiv dabei, sich an diesen Gesprächen zu beteiligen. Nicht immer. Erklärt vielleicht auch, warum hier viele privat herkommen, das heißt auch das selber aus eigener Tasche finanzieren, das trifft man auch selten bei Konferenzen. Das trifft man extrem selten sogar bei Konferenzen, wir erleben das ja jetzt auch in Deutschland, dass es diverse Communities gibt, in denen dann solche Events stattfinden und man trifft dort sehr oft die gleichen Leute oder gleichgesinnte Leute vor allen Dingen. Gibt es jetzt noch bestimmte Themen, wo du sagst, oh da hoffe ich mir, dass die morgen noch drankommen? Na, ich habe ja selber noch das Move, das ist was völlig Neues in Richtung, nicht was völlig Neues, aber es ist eine eventgetriebene Model-View-Controller-Geschichte. Vielleicht reiche ich es auch selber ein, vielleicht interessiert sich dafür irgendjemand. Ich habe es noch nicht gemacht, ich würde bloß gerne mal wissen, was das ist. Das ist eine rein technische Angelegenheit. Jörn, ansonsten heute Abend treffen wir uns zusammen in der Kneipe, da wird ganz oft noch was Neues ausgedacht und dann schreiben wir da meist schon die Agenda-Vorschläge. In Karlsruhe hat sich ja das Wort Bierstimmung etabliert. Ja, das kommt ganz gut hin. Ja, das passt ganz gut. Würdest du, das ist eine abschließende Frage, sagen, es gibt so Themen, die sind jedes Jahr verdrehen. Das sind so diese Killer-Themen, die einen im Prinzip immer beschäftigen oder mit denen sich immer irgendjemand beschäftigen will. Oh, das ist jetzt schwierig. Ich bin jetzt das dritte Jahr in Folge hier, kann jetzt also keine wirkliche Statistik darüber führen, glaube ich. Wobei in Open Space hier in Leipzig, glaube ich, gibt es erst seit sechs Jahren. So ein durchziehendes Thema, na gerade bei Technologie ist es relativ schwierig, dass man über mehrere Jahre das gleiche Thema hat, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Insofern, nee, gab es so jetzt nicht. Es wurde gerne nochmal jetzt testgetriebene Entwicklung beispielsweise. Es ist dieses Jahr wieder mit dabei, mit einem neuen Fokus drin. Das hatten wir auch schon die letzten Male. Ich habe in den letzten Jahren des Öfteren das mit dem DDD oder CQS gehabt. Das ist aufgetaucht. Dieses Jahr haben wir wieder Eventshousing mit dabei. Also ja, es ziehen sich so bestimmte technologische Themen durch, aber irgendwann müssen die auch abgegessen sein. Da muss das doch wohl langsam jeder verstanden haben. Alles klar, danke dir für das Interview. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020